so erster mai 2020 erste generalversammlung des bsv und was ist weit und breit kein zelt kein schützen kein präsident kein vize und majestät mutterseelen allein auf marktplatz unter normalen umständen würden wir jetzt in einer knappen halben stunde mit einem kräftigen zuch zuch beschließen dieses jahr unser schützenfest zu feiern aber kein mensch da dann würde ich sagen fahr ich auch wieder nach aus mittagessen alles gute bis neulich